hallo und herzlich willkommen zum umsiebeb duestock update folge nummero drei folge nummero drei heute befinden uns an der haltestelle buschhauser straße und ich wollte euch jetzt mal den aktuellen baustein zeigen wie ihr seht hat sich an der buschhauser straße wieder einiges getan hier sind mittlerweile wieder viele details dazugekommen wie zum beispiel der sonnenkasten und auch hier die bäume die waren bei letztem schon da hier die häuser sind endlich fertig platziert hier schon ein bisschen dekonten gültig mal dazugekommen ja was hat sich noch getan wenn man ein bisschen nicht springen der netto steht übrigens immer noch ja ich hätte ich gebraucht handel passiert nächste woche versprochen ja das hat sich noch getan ja ich habe mit oberhausen lirisch weitergemacht ist immer noch nicht fertig weil ich diese woche nicht so viel lust und auch zeit wie ihr seht habe ich hier mit dem verlegen von 5 1 begonnen hier die häuser sind wieder platziert lirisch westfriedhof wurde umgebaut sieht inzwischen anders aus und auf der anderen seite hier hinter der ruhr geht es dann weiter rechnung aus dem hauptbahnhof das ist ja mein nächstes bauziel das sind jetzt hier weiter hier geradeaus geradeaus geht es hier weiter hier haben wir dann schon riesengleis vorfällt jetzt ich glaube da gibt es hier weiter irgendwo unter die gleise geht es hier richtung oberhausen hauptbahnhof haben wir jetzt wenn ich den auf anhieb den haben wir da oben geht es hier richtung oberhausen hauptbahnhof weiter und dann ich weiß es definitiv nicht wo die eine franke realschule ist dies auch hier auf jeden fall irgendwo da geht es dann auch hin weiter ja können wir auch direkt mal realitätscheck machen wo haben wir jetzt hier mal das video schelter meiner drehen wir das bild mal ja 100 prozent realistisch ist die kart nicht das heißt ich selber so weit bin ich auch mit dem bus nie gefahren über die stelle kenne ich nicht hier sind wir an der buschhauser straße wenn ich jetzt rauskomme wie es wieder da bin ich immer früher ausgeschrieben wenn jetzt wo ich so spinn würde super doch da kann ich mich dahin bitte und so sieht die buschhauser straße aus die baustelle existiert natürlich längst nicht mehr jetzt die buschhauser straße ja das ist doch schon ihr seht haben wir es doch schon ziemlich realitätsgetreuung nachgebaut die einheitestell ist hier und den brücke wie gesagt die weiteren details folgt noch dann sieht es alles wieder richtig realistisch